Es war nicht gut von uns, wir waren nicht gut, noch einmal bei Balleroberung und wir haben zu viele Geschenke auch gemacht bei Balleroberung, wie gesagt, wir waren nicht präsent, aber es liegt an einem Spieler, der das nicht macht, 100 Prozent und nachher ist es schwer für den anderen und ja, das war einfach hier zu wenig, wir müssen auch mehr Geduld haben, mehr Geduld haben, wir müssen nicht vergessen, zusammen zu verteidigen. Ja, aber wir werden das ziemlich schnell vergessen, wir haben trotzdem unser Ziel erreicht, vor einer Woche in Leipzig, wo wir ein gutes Spiel gemacht haben, wir haben für mich eine gute Saison gemacht, von Bayern müssen nicht so viel sprechen, sie sind ein besserer Punkt und wir müssen auch nicht vergessen, die Konkurrenz, die kommt langsam, aber sicher mit Leipzig, mit Gladbach, mit Leverkusen und so weiter.